Die Kritik israelischer Intellektueller an den mutmaßlichen Kriegsplänen der Regierung Netanyahu gegen Iran spät sich seit Wochen zu. Die Fronten im Land zwischen Gegnern und Befürwortern eines Militärangriffs haben sich verhärtet. Der Schriftsteller David Grossmann warf jüngst den Entscheidungsträgern in Jerusalem vor, in Wirklichkeit nicht genug über Teherans Nuklearprogramm zu wissen. Ihre Angriffspläne, so Grossmann, würden einer megalomanen Halluzination und einer messianisch-katastrophischen Weltsicht entspringen, weshalb die Regierenden nicht mehr vertrauenswürdig seien. Der Romanautor forderte die politische und militärische Elite des Landes eindringlich auf, endlich ihre Stimme gegen die Pläne der Regierung zu erheben. Es geschah nichts, außer, dass Grossmann als Symbolfigur des Netanyahu-kritischen Lagers ins Kreuzfeuer der israelischen Rechten geriet. Gabriela Vital, ein nationalreligiöser Wissenschaftler, der an der Entwicklung der israelischen antibalistischen Rakete Arrow beteiligt war, bezeichnete den Schriftsteller als realitätsfremd. Obendrein unterstellte er ihm und seinen Mitstreitern, die Meinung ihrer Gegner brutal zu unterdrücken. Eine Diffamierung, die zeigt, wie stark sich die Israelis inzwischen in der Iran-Frage polarisiert haben. Für Empörung im Lager der Gegner eines Militärschlags sorgt seit letzter Woche eine neue Entwicklung. Netanyahus Kabinett hat nämlich beschlossen, die Vollmachten des Ministerpräsidenten bei wichtigen Entscheidungen erheblich zu erweitern. Dies gibt den Intellektuellen, die Netanyahu ohnehin zutiefst misstrauen, weiteren Anlass zu der Befürchtung, er könnte im Alleingang einen Angriff auf Iran beschließen. Auf diese veränderte Entscheidungsstruktur haben sie mit einer präzedenzlosen Aktion reagiert. Eingeführt von prominenten Autoren wie Amos Oz, Joram Kaniuk und Zruyashalew, haben sie nun über ein Tel Aviv-Anwaltsbüro einen scharf formulierten Brief an Netanyahu gerichtet. Die Iniziativa sorgt landesweit für Aufsehen. Die Autoren fordern von Netanyahu eindeutig zu erklären, dass der Beschluss zu einem Angriff gegen Iran nur mit Zustimmung des gesamten Kabinetts erfolgen werde. Sie berufen sich auf § 40 im Grundgesetz, wonach der Staat nur auf der Grundlage eines Regierungsbeschlusses in einen Krieg treten dürfe. Diese Regelung könnten Netanyahu und Verteidigungsminister Barak umgehen, indem sie den Kriegsgang in eine Militäroperation ummünzten. Von ihrem Regierungschef verlangten die Literaten zu ihrer Forderung, Stellung zu nehmen und behielten sich vor, gegebenenfalls rechtliche Schritte zu unternehmen. Weil sich Netanyahu bislang nicht gerührt hat, haben die Schriftsteller ihre Forderung gestern erneuert. Diesmal wenden sie sich an den israelischen Generalstaatsanwalt Jehuda Weinstein und fordern über ihn Netanyahu zu einer Stellungnahme auf. Sie setzen ihm, wie ihr Anwaltsbüro heute mitteilte, eine Frist bis Sonntag. Sollte er diese ungenutzt verstreichen lassen, ist die Rede davon, das oberste Gericht des Landes anzurufen. Es soll dann die Weichen dafür stellen, dass Netanyahu auf keinen Fall die Entscheidung zu einem Militärschlag gegen Iran allein treffen kann. Untertitelung des ZDF in Österreich